hallo herzlichen herzlichen willkommen zurück zu einer weiteren folge des solos project ja ich bin grad wieder reingekommen und habe gemerkt oh was ist denn hier los ja das ist hier los sehe ich gerade ja gut ne aber solange er sich von uns entfernt ist alles gut ja schon wieder über alle berge aber apropos berge können nochmal in diese richtung laufen weil ich glaube dort hinten waren wir noch nicht ein eis ins kälte ganz allein in diesem auf diesem planeten was machen wir hier ja genau was machen wir hier gute frage nächste frage so ich würde sagen wir gehen mal irgendwie hier hoch pro like pro like ich bin so gut so zack und oben sind wir so da hinten haben wir noch so ein signal das heißt da hinten müsste noch irgendwas sein dann gehen wir nochmal hin und holen uns dieses stück noch was uns fehlt irgendwo dort unten schauen wir mal schauen wir mal waren wir hier ich glaube wir waren nur kurz hier oder nein hier waren wir noch nicht runter oh 5 von 17 das kann ja was werden hier ist noch ein teil und die werden mir irgendwie angezeigt ich habe das gefühl wenn ich hier nicht weiter weiß dann werden sie mir angezeigt und da kann das spiel mir ein bisschen helfen ich glaube das ist besser mit der frage als mit der taschenlampe weil die macht schön warm und der taschenlampe die macht ihn halt nicht warm spendet nur licht so uns fehlt trotzdem noch was weil für uns fehlt noch einiges 3 2 1 es wird irgendwie immer mehr habe ich das gefühl 7 von 15 aber ich sehe jetzt hier nichts mehr das ist ja mein problem 23 grad dann holen wir uns das schmuckstück hier 98 99 und 100% so gut ich sehe jetzt nämlich hier nichts mehr und gehen wir hier runter schauen was uns hier unten erwarten wird Taschenlampe Taschenlampe ist gut vielleicht finden wir hier unten die restlichen Teile mal sehen wo kann man hier speichern speichern wir mal waren zerbrechlich waren zerbrechlich ok wir müssen irgendwie einen hammer oder so jetzt finden damit wir das hier rot machen können weil damit kriege ich das nicht hin und nochmal damit geht es auch nicht ähm ne heißt wir haben hier wahrscheinlich noch nicht ähm das werkzeug für den hammer gefunden gehen wir nochmal hoch und suchen das werkzeug für den hammer aber gut zu wissen dass wir hier jetzt einen hammer brauchen sonst kommen wir nicht weiter so dann suchen wir mal diesen hammer oder oder ein Teil für den hammer so hier haben wir Essen hier haben wir Essen und hier ist eine Tafel wird irgendwas hier unten noch nein sieht jetzt nicht so aus gehen wir mal hier runter dann gehen wir mal hier lang vielleicht finden wir hier noch irgendwas wenn nicht dann schaue ich mal in der nächsten Folge oder bevor wir die starten ähm wo wir die finden können diesen hammer weil ich müsste jetzt nicht wo wir diesen hammer finden können oder beziehungsweise Sachen für den hammer mal hier haben wir nur ein Lager hier ist jetzt nichts besonderes ich könnte mal wieder was trinken aus dem ich hab mich irgendwie festgebackt okay trink mal was mein guter Flüssigkeit ist wichtig irgendwas das da unten haben wir schon diese Starttor da ist jetzt nichts was ich auf den ersten Blick sehen könnte ich könnte theoretisch versuchen darüber zu schwimmen aber ja ich glaube nämlich das ist die erste Insel das gibt ja ein paar Insel das heißt wir haben ja noch einiges zu tun so ich hab das Gefühl ein Sturm zieht auf ich hab das Gefühl ein Sturm zieht auf schnell aber man sieht die Wolken mit einem Tornado ist nicht zu spaßen mit einem Tornado macht man keine spaßen kein Witz macht man damit ich hab keine Lust zu krepieren aber ich könnte nochmal versuchen vielleicht irgendwie da hoch zu kommen das wäre doch eine Möglichkeit irgendwie hier hoch mit einem Tornado auf ich kann das so nur um mit einem Tornado mit einem Tornado für die Chris Lohre mit einem Tornado Ich komme da einfach nicht wieder hoch. Ich glaube da sollte man nicht hoch. Au. Aber ich bis jetzt auch nicht. Wo wir noch mehr finden können. Vielleicht dorthin wo der Tornado verschwunden ist. Aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt alles was ich noch wüsste. Ich könnte mal hier so einen Snack essen. So. Dann nehmen wir den Telebrator wieder in die Hand. Und dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Krass. Ich hoffe es mal. So. Einmal hoch. Einmal da hoch. So. So. Das müssen wir hier noch finden. Gelegte Athletik. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1%. Also. Das ist jetzt nicht das was wir gesucht haben. Aber. Es ist immerhin etwas. Was ist da? Was haben wir hier? Ja. Ja. Und dann? Das hat doch jetzt irgendwas ausgelöst. Hm. Wir suchen verzweifelt nach einem Hammer. Taschenlampe. Zweifeln. Mal suchen. Zweifeln. Mal suchen. nicht. Diesmal ernst gemeint. Fängt doch bestimmt gleich wieder an zu regnen. Dann zu stürmen. Ganz bestimmt. Hm. Naja. Ich habe bis jetzt MidiPack habe ich bis jetzt noch überhaupt keins gesehen. Batterien habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Hier liegt eigentlich auch nichts anderes Besonderes. Kann ich noch mitnehmen. Okay. Aber ich wollte sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich schaue mal ein bisschen rum wie wir das hinkriegen. Und ja. Ops. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.